Was ist das Grundgesetz? Das Grundgesetz gibt den Rahmen vor. Religionsfreiheit hat einen hohen Stellenwert in unserer Verfassung. Das ist auch richtig so, nicht nur aufgrund unserer historischen Erfahrungen in Deutschland. Für uns als Christdemokraten hat die Religion darüber hinaus eine besondere Bedeutung. Wir schätzen es wert, wenn Menschen ein religiöses Bekenntnis haben und leben, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass der Bezug auf eine übergeordnete Macht, wenn sie so wollen, Menschen Halt und Orientierung geben kann, gerade auch in schwierigen Zeiten. Und wir erleben, dass Menschen sich Halt und Orientierung wünschen, auch für Fragen, die sich unserem eigenen Handeln entziehen. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass Menschen in unserem Land ihre Religion frei leben können. Und genauso wichtig ist es deswegen, dass auch Christen immer wieder ihre Stimme erheben, wenn es darum geht, unser Land zu gestalten.